hallo ihr lieben herzlich willkommen zu unserer monatslegung ich bin die tine und bei mir bekommst du verschiedene sternzeichen legungen heute wollen wir die juli legen aber vorneweg möchte ich ein bisschen was über den juli sagen es gibt also quasi sowas wie ein intro den alle sternzeichen sich angucken und danach geht es in die legung ich bin die tine und heute wollen wir mal gucken was der juli euch so bereithält auf was ihr euch da freuen könnten allgemein mal vorneweg wir haben im juli einen vollmond im steinbock am dritten siebten um 13 40 und den nennt man auch donnermond warum nennt man den donnermond vielleicht weil es öfters mal kracht dieser zeit ich weiß nicht also wir werden gespannt darauf warten was da passiert wir haben eine konjunktion zum krebs und das könnte also heißen steinbock krebs ne steinbock ist so derjenige der ganz fleißig und strebsan an etwas arbeitet der sehr zuverlässig ist dem beruf und grundsolides einkommen zum beispiel sehr wichtig ist sicherheit sehr wichtig es ist ein erdzeichen ne und beim krebs da sind wir ja bei den wasserzeichen und das sind so die er so gefühls betonten energie ne vierte haustippeln krebs steht ja auch für zuhause und familie das heißt es könnte vielleicht bei dem einen oder anderen um thematiken geben beruf und familie unter einen hut zu bekommen oder eben gewisse dinge jetzt mit disziplinen anzupacken krebs wird durch den wagen dargestellt im tarot und der wagen steht immer für fokussiertes voran streiten aber auch die scheinbar und also die thematiken die quasi eigentlich nicht zusammenzubringen sind zusammenzubringen um jetzt eine richtung zu bestimmen und vorwärts zu machen ja also auch für erfolg soll das ja das soll jetzt zum erfolg führen und dazu gilt es halt wirklich auch sich noch mal zu hinterfragen bin ich denn jetzt wirklich bei der sache bleibe ich da dran nehme ich die sache auch wirklich ernst genug und verkrieche mich nicht immer also es könnte so ein gefühl von zerrissenheit sein dass man auf der einen seite sagt ach ich zweifle vielleicht noch so aber und ich brauche so die sicherheit und auf der anderen seite hat man diesen starken drang zur freiheit um zum und auch voranzugehen die dinge anzupacken vertraue einfach deiner inneren führung erde dich immer schön in dieser zeit und erinnere dich an all das was du geben kannst ja denn darum geht es scheinbar auch im juli sich hinzugeben wir haben dann am 17 7 um 20 33 ein neumond im krebs und der steht dann eben für die thematiken um die wir jahres anfang schon mal zu tun hatten da hatten wir nämlich auch eine krebs energie glaube vollmond im krebs hatten wir da und da ging es eben um die tiefsten intimsten gefühle auch das was so hoch ploppt aus dem unterbewusstsein und das sind dinge die zu starken veränderungen deinem leben führen können allerdings auf lange sicht gesehen kannst du davon wirklich profitieren ja und an die dinge geht es jetzt noch mal auch das thema unterstützung geben und unterstützung annehmen und das thema aus alten mustern auszubrechen also sei recht nachsichtig in dieser zeit es kann eine sehr herausfordernde zeit für den ein oder anderen sein und ja immer schön lieb bleiben mit sich selbst ja also denk noch mal darüber nach was hatte ich dann am jahres anfang zum beispiel so beschäftigt also was war da thema worüber hattest du dir so gedanken gemacht oder was kam vielleicht auch recht unerhofft so aus deinem tiefsten inneren hoch so halli hallo meine lieben skorpione herzlich willkommen zu eurer juli legung ich hoffe euch geht's gut und ihr habt eine schöne zeit ich werde für uns noch mal die energien klären ich habe mir schon einige legungen gemacht und es ist eine sehr transformative energie die ich hier wahrnehme und ihr seid ja die transformatoren schlechthin als skorpione so vielen lieben dank an alle alten hasen die schon eine weile bei mir sind für jedes liebe kommentar was ich von euch lese ich freue mich mega auf euer feedback was lasst mich mal wissen was ihr als essenz so mitnehmt aus meinen videos was so die aha momente sind das freut mich mega auch vielen dem dank für jedes like für jedes für jedes zeichen der wertschätzung ich tausend dank ich freue mich mega so und für alle die neu sind herzlich willkommen auch an euch ihr findet die videos die ich hochlade zu den einzelnen sternzeichen und auch für den vollmond und den neumond in der playlist da sind die alle schönen ordentlich sortiert also schau dich da gerne um und dann wollen wir starten ich habe vorbereitet die mondbotschaften deiner seele von der anita schickinger und der jean roland womit ich meine allgemeine überschrift für dich für diesen monat springen lasse und wir gucken mal was so die thematik ist die eigentliche legung werde ich dann mit dem leitzies tarot von der chris n legen und in der klärung im folgevideo gehe ich mit dem gilded reverie lenoma von gero machetti noch mal in die tiefe da werde ich noch mal zwei klärungsreihen drunter legen wir gucken uns an wie das ganze sich so im irdischen bei dir zeigt natürlich gibt es auch für dich dann zum schluss eine botschaft vom universum und dafür habe ich die karten die kraft der göttinnen auch von colette bernried wenn dich die weiterführende legung interessiert findest du den link wie gewohnt am ende des videos oder in der infobox unterhalb dieses videos wenn du auf das kleine wörtchen mehr klickst eine mitgliedschaft wäre dazu notwendig stufe zwei oder drei dann hast du alle weiterführenden readings uneingeschränkt zur verfügung kannst du sie so oft angucken wie du möchtest auch zu allen anderen stern sich und allen anderen videos die ich mal hochgeladen habe kannst du dir gerne alles angucken so jetzt wollen wir aber starten skorpion dann zeigt sich schon der vollmond kommt was in die vollendung bei euch was los hier skorpion liebes universum bitte gibt uns klare botschaften für meine skorpione für juli 2023 was ist die thematik im juli für meine skorpione im juli 2023 also richtig wahnsinnig also die hat sich hier schon raus gezeigt und jetzt sich quer gestellt nämlich mal dazu vielen lieben dank wir haben hier mond wieder initial zündung quantensprünge setzte deine ziele um wieder energie ist auch mars energie ist feuer energie da geht es um deine schöpferkraft ums umsetzen um eine durchsetzungskraft um eine ausstrahlung eine selbstbewusste ausstrahlung du weißt was du willst und du setzt dich dafür auch ein dafür steht es aber es ist natürlich auch mit verantwortung verbunden vielleicht hast du jetzt auch eine zündende idee oder machst in deiner entwicklung einen unwahrscheinlichen quantensprung dass du da dich in einer sache jetzt in deiner persönlichkeitsentwicklung weiterentwickelst wir haben einen hinweis auf mond merkur auf die seelenkommunikation ich höre auf die stimme meines herzens und meiner geistigen führung also vielleicht hast du öfter mal so das gefühl so einen impuls zu bekommen eine stimme in dir die dir irgendwas sagt wo du manchmal denkst mensch kommt das denn jetzt her ne folge diesen impulsen ja also wenn dich etwas irgendwo hinzieht achte mal darauf wo zieht es dich hin und dann haben wir die mondhütte rückzug nach innen meditation natur rückzug nach innen eröffnen neue schritte also wenn du dich jetzt dieser dieser innenschau widmest könnte hier bei dir ein absoluter quantensprung anstehen dass du hier auf ja vielleicht in deiner medialität einen quantensprung erfährst dass du eine bessere anbindung hast an die geistige welt dass du wahrnimmst dinge wahrnimmst auch von deinen geistigen führern denn schutzengel oder der geistführer eine höhere macht oder sowas und der dir dann im grunde zeigt wo es lang geht also frage direkt konkret solche fragen wie zum beispiel wo finde ich die informationen zu dem thema so und so oder was ist jetzt der nächste schritt oder sowas also schon konkrete sachen fragen in deiner in deinem rückzug in deiner meditation und dann achte mal auf die zeichen die dir begegnen ist sehr interessant dass bei euch auch dieses thema erscheint weil das habe ich jetzt ich glaube schon in zwei anderen legungen gehabt das scheint also diesen monat ist die geistige welt sehr sehr nah der schleier zu anders welt ist sehr sehr dünn würde mich nicht wundern wenn wir wieder viele portal tage mit drin haben in diesem monat das sind so die tage wo der schleier zwischen unserer welt und der geistigen welt sehr sehr dünn ist und man hier informationen erhält die so ohne weiteres sonst nicht so zu einem achte mal auf songs auf schlagzeilen auf gesprochenes von anderen menschen was dir so begegnet in deinem leben so die kleinen winke am zaun fall sage ich mal so metaphorisch gesagt so aber loslegen was sind die energien für skorpion im juli da haben wir die sieben der münzen sechste kelche ich lege erstmal aus zwei der kelche zehn der schwerter drei der schwerter der mond und gut zu guter letzt die könig nie der ritter der stäbe drei vier fünf sechs sieben so haben wir alle als kern thematik zeigt sich hier für mich die zehn der schwerter ein ende einer schwierigen phase einer phase voller enttäuschungen verletzungen schmerzhafte phasen wo es vielleicht auch wirklich wortgefechte gab wir haben daneben noch die drei der schwerter also das ist hier noch nicht ganz durchgestanden scheinbar aber ist gerade dabei so das ende der dieser phase zeigt sich hier an wir haben als große arcana karten was also die haupt energien sind den mond das ist auch die einzige die sich hier zeigt also ist es sehr einfach der mond steht eben für melancholie für tiefe gefühle ja also wirklich tiefe gefühle auch eine schwere eine gewisse schwere nehme ich hier wahr in kombination mit den karten auf jeden fall es geht auch darum dass du dir die dinge anguckst dass du dir deine ängste deine blockaden anguckst das was dich auf emotionaler ebene immer wieder catcht es geht um deine visionen es geht um deine träume also viel sehr vielseitig die karte mond ne auch das was vielleicht noch nicht sichtbar ist also die karte rückzug nach innen es geht schon sehr darum sich mit seinen bedürfnissen seinen wünschen träumen aber auch mit seinen ängsten und themen auseinanderzusetzen die so im unterbewussten wirken die dich immer wieder einholen vielleicht auch ja das gute ist dass wenn der mond sich zeigt und das ist ja wir haben ja auch neumond im krebs also es könnte sein dass du um den neumond herum immer der war am die habe ich mir auch verschrieben siebzehnten am neu am siebzehnt das um den siebzehnten herum du da neue erkenntnisse für dich gewinnst und die chance hast die dinge für dich auch in die klärung zu bringen vielleicht ähm durchbrichst du da auch diese muster dass es darum geht diese dinge zu erkennen zu benennen und dann eben auch zu ähm durchbrechen ich hatte ja schon gesagt du sollst mal darüber nachdenken was ist dir am jahresanfang begegnet und das könnte jetzt hier auch wieder aufploppen oder thema werden dass du da einen abschluss findest in dieser angelegenheit so dann wollen wir mal gucken was haben wir denn unter dem kartendeck als herausforderung da haben wir die königin der stäbe und die sechs der schwerter heißt du bist hier in irgendeiner weise vielleicht aufgefordert etwas zu verlassen etwas hinter dir zu lassen etwas zu überwinden dich vielleicht auch tatsächlich auf den weg zu machen hat jemanden koffer gepackt ein umzug oder wirklich dass du eine vorstellung hinter dir lassen muss eine beziehung hinter dir lassen muss irgendetwas was dir nicht ganz leicht fällt und das ist so die herausforderung dich dem hinzugeben und hier dich dahin führen zu lassen ja und das anzunehmen vielleicht auch dass da etwas nicht so schön gelaufen ist und das hier etwas jetzt einfach wo du du musst davon irgendwas gedanklich und vielleicht auch wirklich abstand bekommen und es geht darum hier wieder in deine kraft zu kommen in deine kreativität zu kommen wieder mut neuen mut neue hoffnung zu schöpfen dich neuen kreativen projekten oder neuen ideen vor zu widmen dein leben in die hand zu nehmen und dich den dingen zu widmen die dich begeistern und die in dir wieder deine lebensfreude erwecken ja auch deine leidenschaft erwecken ja das scheint so die herausforderung zu sein im juli so wir fangen mal hier vorne an da hat zeigt sich als allererstes ja die sieben der münzen bei den sieben der münzen ist man sehr unsicher man ist am abwägen ob sich der einsatz lohnt hier geht es auch darum dass du aufgefordert bist prioritäten zu setzen ja also du hast hier vielleicht lange an irgendwas festgehalten was eine partnerschaft betrifft hast du vielleicht auch deinen seelenpartner drin gesehen hier ist etwas sehr lange in deinem leben gewesen sehr langjährige beziehung wo man viel energie reingegeben hat was aber scheinbar sich irgendwie doch nicht so richtig entwickeln wollte und mit den zehen der schwertern habe ich auch das gefühl dass das jetzt hier zu ende geht du wirst für dich erkennen wo es gilt wo es sich lohnt energie reinzugeben und das sind die dinge die dich begeistern das sind die weil ich habe gegenüber den ritter der stäbe es geht darum dich von dem standpunkt weg zu bewegen wo du bis jetzt stehst eine einer meinung ja dass du einen standpunkt in einer meinung in einem denken aber auch vielleicht tatsächlich dich auf die reise begibst oder einen wohnort wechsel vornimmst irgendetwas was dich du sollst dich den dingen widmen die dich nähren und womit du auch andere nähren kannst und da wo du bist das laugt dich scheinbar irgendwie sehr aus und das geht es eben zu erkennen sechster kelle auf dem mond das können auch ja muster sein aus der kindheit aus der familie die hier jetzt angeschaut werden wollen die jetzt in die klärung kommen wollen die auch beendet werden wollen etwas was dich immer wieder niederdrückt was dich immer wieder ja triggert oder beschäftigt also wir sind halt leider gottes geprägt aber das ist ja deine entscheidung ob du in diesem mustern bleibst weiter drinne bleibst du bist ja ein schöpfungswesen hier wieder energie ja du kannst dich hier befreien du kannst dir deinen willen nachgehen und das gilt eben auch deiner willensstärke bewusst zu werden und deiner innerer deiner eigenen schöpfer kraft bewusst zu werden mit den zwei der kelle in der spiegelung die drei der schwerter ja da sehen wir die enttäuschungen in dieser verbindung die es da gaben und es gilt auch für dich zu überprüfen welchen energien du dich verpflichtest also welchen verbindungen du dich verpflichtest welchen bist du da in der selbst liebe oder machst du irgendwie versuchst du immer nur anderen gerecht zu werden welche muster führen immer wieder zu dieser zu diesem drama hier und das gilt es eben hier jetzt zu beenden dass du sagst no drama mehr ich komme hier in meine schöpfer kraft ich nehme die dinge jetzt in die hand ich komme jetzt in bewegung und ich unternehme jetzt wirklich schritte also sie ist nicht nur die jene die sich dessen bewusst wird sondern dessen ritter und der ritter bewegt sich auch und der folgt seiner leidenschaft der folgt den dingen die wieder die lebensenergie in dir zum schwingen bringt vielleicht möchtest du tatsächlich tanzen oder dich mehr bewegen mehr sport treiben weil sport wäre sehr gut wenn du es mit depression oder mit ja ungelösten thematiken zu tun hast weil die setzen sich auch auf zellebene fest und können durch bewegung gelöst werden irgendwas was mit bewegung zu tun hat würde die auf jeden fall sehr gut tun vielleicht möchtest du auch singen oder tanzen dich zum ausdruck bringen deine leidenschaft zum ausdruck bringen deine leidenschaft leben sowas nämlich hier war es kann auch sein dass dir hier ein ritter der stäbe begegnet der sagt komm mach das mal oder lass uns das mal gemeinsam machen das macht uns freude damit du hier wieder in die stabilität kommst und ins wachstum kommst ein feuerzeichen könnten wieder löwe oder ein schütze sein also lass dich da führen folge auch deinen in visionen deinen träumen die der mond steht auch für die kraft der träume aber auch für fische vielleicht hast du es auch mit fische zu tun ja aus der vergangenheit ja ihr lieben also wenn du das gefühl hast ja da gibt es was ich gucke mal beim mond will er noch mal für dich rein bevor ich hier ins extended gehe möchte ich dir das noch mal mit auf den weg geben was hier angezeigt ist schaffenskraft genau element feuer initiation mut den mut haben jetzt die willenskraft zum ausdruck zu bringen ziel ausrichtung konzentration und umsetzung also folge deiner lebenslust und eine abenteuer freude der mond beleuchtet den widder und regt die schaffenskraft an beginne deine projekte und ideen umzusetzen deine handlungen haben kraft es wird zeit die schritte zu unternehmen die anstehen damit sie eine situation lösen oder ein problem verwirklichen ein projekt tschuldigung ein projekt verwirklichen kann der zeitpunkt ist jetzt du bist die veränderung die du dir wünschst zögere nicht länger und beginne mit der verwirklichung deiner träume du kannst jetzt deine träume durch tatkräftiges tun und übung wahr werden lassen krimple die ärmel hoch und beginne das was du dir wünscht und deine vorhaben in die wirklichkeit umzusetzen was begeistert dich was bringt dein herz zum leuchten und zum singen was befreit deine energie also das ist die visionskraft und die träume den du jetzt hier folgen kannst du stehst jetzt auf und sagst ich gehe jetzt diesen dingen nach und lasse diesen alten kummer und diese alten enttäuschung diese schwierige schmerzhafte phase hinter mir und folge jetzt dem ruf meines herzens sehr sehr schön guti dann bin ich ja mal gespannt was ich jetzt hier im extended noch zeigt ich werde zwei weitere reihen hier drunter setzen um die sache in die klärung bringen vielleicht kriegen wir noch mehr informationen oder ich denke schon dass wir mehr informationen bekommen also wenn du sagst ja das ist mein thema genau da stehe ich gerade macht es natürlich sinn sich das extended anzuschauen dann freue ich mich wenn wir uns gleich wiedersehen ansonsten schau dir gerne auch das video zu deinem ascendenten deinem mond oder venus zeichen an wenn wir denn etwas älter sind jenseits der 40 dann kann es sein dass oder es ist oft so dass der ascendent mehr durchschlägt als das eigentliche sternzeichen insofern macht es schon sinn sich das auch anzuschauen okay ja wenn es dir gefallen hat freue ich mich über den like und über dein liebes kommentar dein feedback dazu und wie gesagt was ist die essenz für dich was nimmst du für dich raus was möchtest du jetzt die dinge hier anpacken weißt du worum es geht freut mich sehr wenn ich da von dir höre und ansonsten für alle anderen bis gleich in extended bye bye okay so 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 Vielen Dank.